Nach dem Fitnesscoaching Tanzen lernen, hier geht es um deinen Tanzverfolg und darum, dass du ganz bequem zu Hause tanzen nennst, indem ich als Privatsatzleiter zu dir rauskomme und dich tanze, ich würde dir deinen Fit machen und das ganz bequem mit oder ohne Tanzpartner. Wunderschönen guten Tag dir, hallo, hallo, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tanzenlich zu begleiten und auch zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht es also um deinen Tanzverfolg und den ganz bequem hervorrufen, bei dir da halten, ich komme dir vorbei und bring es dir bei. Wenn du dir vorstellen kannst, über mich, dem AlleTV, IHK, Worlddance, Konzept, Gütesiegel, ausgebildeten Privatschlehrer, Tanz-Privatschritte zu dir nach Hause zu holen, wenn das wirklich interessant ist, eine Lösung für dich sein kann, wenn dich der Vorschlag interessiert, dann lass uns für deinen Tanzverfolg in Kontakt kommen, mach dich zum Wählen bereit, die Nummer ist die 0176 840 44 661, ich wiederhole 0176 840 44 661.